Wenn ein IPO von Ripple kommen könnte, nachdem der Law Suite beigelegt ist, dann hat man eventuell genug Geld, weil man redet von einem der größten IPOs, die es jemals gab, um so etwas zu tun. Und da kommen viele Faktoren zusammen, die dafür sprechen, dass Ripple eine gute Chance nach oben hat. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview. Und es ist Montag und an diesem Montag ist es meiner Meinung nach ganz besonders wichtig, sich mal die Kryptomärkte näher anzuschauen. Denn gerade in der vergangenen Woche oder Ende der vergangenen Woche hat es beim Bitcoin noch mal ordentlich gerappelt. Nicht in negativer Sicht, sondern eher, weil der Bitcoin über die Marke von 31.000 US-Dollar gestiegen ist, damit sogar ein neues Jahreshoch markiert hat und was es damit auf sich hat und was tatsächlich in naher Zukunft vom Kryptomarkt zu erwarten ist. Darüber spreche ich auch jetzt wieder mit Oliver Michel von Tocentus. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ich habe jetzt schon, jetzt muss ich erstmal Luft holen nach dieser langen Anmoderation, schon gesagt, 31.000 US-Dollar und ein Jahreshoch. Das heißt, es geht ordentlich nach oben. Wir hatten uns bei den letzten Interviews auch darüber unterhalten oder Sie sagten gerade auch bei der Analyse, dass Sie sich vorstellen könnten, dass es noch mal eine kleine Korrektur gibt beim Bitcoin. Hat man die jetzt einfach übersprungen und den Weg nach oben genommen? Ja, wir hatten eine tolle Bitcoin-Woche, überhaupt keine Frage. Und der Bitcoin verhält sich eigentlich genauso, wie wir das für ihn geplant haben. Also wie wenn er unsere Interviews mitnehmen würde. Man sieht das hier sehr schön am Chart. Hier haben wir die beiden Hochpunkte von Bitcoin, dann der Weg nach unten, der Tiefpunkt, von dem man ausgehen kann. Und wir beobachten seit geraumer Zeit ja seinen Weg nach oben. Also diesen Weg hier hatten eine Linie für uns ausgemacht, nämlich diese rote Linie hier, die sehr wichtig ist. Und mit einem Blick kommt man dann hier rein und sieht, wie er sich verhält. Wir hatten mehrfach gesagt, dass er diese rote Linie um die 25.5 das ein oder andere Mal antiesen wird. Er hat es gemacht einmal, er hat es zweimal gemacht. Und vor zwei Wochen hatten wir gesagt, da waren wir hier, er wird es auch noch ein drittes Mal machen. Das hat er auch tatsächlich gemacht. Und am letzten Montag hatten wir gesagt, das war es dann aber auch. Er wird sich kein weiteres Mal berühren. Und daran hat er sich auch gehalten. Wie gut, dass wir die Interviews machen. Und ist dann tatsächlich hier nach oben gegangen. Und da befindet er sich nun, er hat die 31.000 US-Dollar überschritten, wie Sie das gesagt haben. Er ist natürlich jetzt auch wieder zurückgekommen, ein klein bisschen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was macht er jetzt kurzfristig? Langfristig, wissen wir, haben wir das Retracement 702 im Blick. Also bei ungefähr 54.500. Da sollte er sich in Wellenbewegungen hinbewegen. Bis zum Ende des Jahres. Bis Ende Oktober, Anfang November kann er durchaus dort angekommen sein. Frage, was macht er jetzt kurzfristig? Ich sehe da zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, er bewegt sich hier oben noch ein bisschen um diese blaue Linie. Deswegen habe ich sie hier mal eingezeichnet. Oder er findet nochmal seinen Weg zurück, findet hier einen Boden und geht dann nach oben. Oder von hier aus nach oben. Das sind die beiden Möglichkeiten. Da muss man jetzt Geduld haben. Ich denke, für einen Anleger, der ein bisschen langfristig denkt, sind diese Bewegungen jetzt nichts, was ihn schocken sollte. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Market Maker ihr Spiel treiben und natürlich versuchen, die Bitcoins aus den zittrigen Händen rauszuschlagen, damit andere, und wir kommen ja noch darauf zu sprechen, sie eventuell zu günstigeren Preisen aufnehmen können. Also Vorsicht vor extremen Bewegungen. Das sind meistens manipulierte Bewegungen. Aber das ist das Bild und wir befinden uns auf einem tollen Weg, auf dem Weg, den wir eigentlich skizziert haben. Und noch gibt es überhaupt keinen Grund, in irgendeiner Form beunruhigt zu sein. Wir schauen uns neben dem Bitcoin in der Regel auch immer noch eine weitere Kryptowährung an, Ripple, oder besser gesagt XRP. Und da haben Sie uns natürlich auch noch eine Grafik oder besser gesagt zwei Charts mitgebracht. Wie verhält es sich denn hier? Beim Ripple tut sich eigentlich gar nichts, außer dass die Spannung von Tag zu Tag wächst. Wir haben beim Ripple unseren Abwärtskanal, den wir hier schon skizziert haben. Aus diesem Abwärtskanal ist er, wie man hier sieht, noch nicht ausgebrochen. Also er befindet sich nach wie vor drin, sortiert sich aber um diesen Bereich, den wir hier wieder rechts haben. Und das Unspannende an der ganzen Geschichte ist, er hat halt eine Range. Die Range ist die rote Linie, die Range ist die blaue Linie. Und zwischen dieser Range bewegt er sich. Wir wissen, er sollte unter diese rote nicht gehen. Das wäre unschön. Vielleicht kommt er dann auf die schwarze. Aber von da sollte er auf jeden Fall wieder abprallen. Und wir wissen, wenn er die blaue überschreitet, dann ist the sky the limit, wie man so schön sagt. Dann geht es nach oben. Aber noch bewegt er sich. Er versucht hier ein paar Mal schon, in dieser Range sich zu bewegen. Und er befindet sich in der Range genau in der Mitte. Und deswegen sagte ich, es gibt nichts Unspannenderes als eine Aktiencoin, die sich mitten in der Range bewegt. Dann weiß man nicht, geht man rein, geht man raus. Aber es steht ja jetzt auch was an, was die Entscheidung oder eine Entscheidung steht an, die tatsächlich für deutlich mehr Bewegung sorgen könnte. Gibt es aber immer noch nicht. Wir haben ja gesagt, Donnerstag, Freitag sollte man beobachten. Hier sieht man diesen Spike am letzten Donnerstag. Wahrscheinlich hat der eine oder andere das Ding wieder nach oben ziehen wollen. Da muss man jetzt einfach ruhig bleiben und abwarten. Die Judge Torres wird ihren Job machen und da muss man warten. Aber man sieht schon hier, es wird immer enger und irgendwann gehe ich davon aus, dass es nach oben geht. Mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, also nicht 100 Prozent, aber mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, als dass es nach unten geht. Zu Ripple ist noch zu sagen, da kam am Wochenende ein Wahnsinnsgerücht auf. Das möchte ich ganz kurz nochmal antiesen. Das Gerücht, dass Ripple 10 Milliarden XRP-Coins zurückkaufen möchte, um einfach mit der Begründung einen höheren Preis und einen stabileren Preis zu haben. Es ist ein Gerücht, was natürlich die Fantasie anregen könnte. Sie wurde noch nicht angeregt, wie man hier sieht, anhand des Charts. Es hat sich also noch nichts nach oben getan, aber wenn ein IPO von Ripple kommen könnte, nachdem der Law Suite beigelegt ist, dann hat man eventuell genug Geld. Weil man redet von einem der größten IPOs, die es jemals gab, um so etwas zu tun. Und da kommen viele Faktoren zusammen, die dafür sprechen, dass Ripple eine gute Chance nach oben hat. Aber wie gesagt, man muss vorsichtig sein, der Rechtsstreit ist nicht entschieden. Und so wie es nach oben geht, kann es auch nach unten gehen. Wir hatten jetzt von Gerüchten gesprochen, aber tatsächlich war das dominierende Thema in der vergangenen Woche kein Gerücht, sondern eine Tatsache. Da ging es nämlich darum, dass BlackRock an einem ETF auf Bitcoin interessiert ist, das vorantreiben will. Welche Rolle spielt das jetzt aktuell in Ihren Prognosen und worauf muss man sich einstellen? Was steckt tatsächlich dahinter, wenn die Großen, die Institutionellen anfangen, sich am Markt zu positionieren? Ja, es ist genauso, wie Sie sagen, letzte Woche war das Top-Thema in allen Bereichen. Wie ist es zu bewerten, dass BlackRock jetzt hergeht und einen Spot Bitcoin ETF aufsetzt? Also keinen ETF auf Future, sondern in dem Moment, in dem die einen Spot Bitcoin ETF aufsetzen, müssen die Coins auch tatsächlich gehalten werden. Das heißt, wenn BlackRock so etwas macht, dann müssen sie die Coins auch besitzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass in den letzten Wochen und Monaten, wenn wir massive Ausschläge hatten, gerade nach unten, geguckt wurde, was kann man da noch so abstauben. Und ja, BlackRock ist natürlich, wie ich schon im letzten Interview gesagt habe, eine Riesennummer. Und ich hatte irgendwo gelesen, dass es 28 Versuche bisher gab, der SEC einen Bitcoin ETF aus dem Kreuz zu leihen, wie man so schön sagt. Ist das jetzt der 28. Versuch? Nagen Sie mich nicht auf die Zahl fest, aber man hat eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben und jetzt keimt neue Hoffnung mit BlackRock auf, weil BlackRock ist so groß und so einflussreich, dass aktuell keiner der Profis da drüben dagegen wetten will, dass BlackRock das nicht schafft. Das heißt, man traut es BlackRock tatsächlich zu, das auch durchzubringen nach etlichen oder sehr vielen Versuchen von anderen Institutionen. Wenn man es jetzt mal vom Bitcoin wegnimmt, hat BlackRock, so wie im letzten Interview gesagt, 576 ETFs bei der SEC beantragt und ein einziger ist abgelehnt worden. Also von daher, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die das hinbekommen und darauf schaut man im Moment. Ja, und im Sog einer BlackRock tun sich natürlich auch andere große Spiele auf. Wenn man hier nach Deutschland schaut, die deutsche Börse hat ja auch eine Für-Wahr-Lizenz bei der Bitcoin beantragt oder möchte es tun. Überall poppen sozusagen die Institutionellen auf und versuchen in diese Welt der Cryptocurrencies, der Digital Assets, ich will nicht sagen einzubrechen, aber man hat schon so ein bisschen den Eindruck, dass sie das jetzt überfallen, weil es ein kleiner Markt ist, mit viel Geld zu überziehen. Das bedeutet, dass er, wie Sie schon richtig gesagt haben, Konsequenzen mit sich bringen wird, nämlich Konsequenzen derart, dass man sich die Frage stellt, wo kommen die ganzen Coins her, die diese ganzen Institutionellen in Zukunft besitzen wollen, ihren Kunden zur Verfügung stellen wollen. Wo kommt das her? Wo soll das herkommen? Was mich noch interessiert, ist dieser Weg, bis tatsächlich die Institutionellen in diesen Markt brechen oder reinkommen. Da gibt es ja vorher noch andere, die den Weg geebnet hatten. Die Institutionellen sind ja sozusagen das final Abschließende. Was hat sich denn im Vorfeld getan, weshalb Sie auch natürlich schon aufmerksam wurden auf diesen spannenden Markt? Ja, es gibt ja, so wie der Wilde Westen erobert wurde, ist das letztlich auch mit so einem Markt. Wir sehen, glaube ich, jetzt, dass das große Finale, die schweren Jungs steigen in den Markt ein, wie man so schön sagt, und kaufen sich ein, haben sich natürlich über Wochen, Monate, geraume Zeit entsprechend vorbereitet. J.P. Morgan hat ja auch einen eigenen Coin, der ja dann nur für interne Zwecke benutzt wird. Also von daher, die sind schon einige Zeit dran. Der Supply, das Angebot ist sehr, sehr klein. 68 Prozent aller Bitcoins, die zur Verfügung stehen, sind in den letzten zwölf Monaten nicht gehandelt worden. Der Supply in diesem Halving-Cycle ist noch, ist degressiv im Gegensatz zu allen anderen Halving-Cycles. Das ist noch extremer bei Ethereum. Deswegen sollten wir uns in den nächsten Wochen auch ein bisschen auf Ethereum mal konzentrieren, weil da wird sich aufgrund des kaum zur Verfügung stehenden Angebots möglicherweise auch etwas Außerordentliches tun können. Und das Angebot an Coins ist relativ zu der steigenden Nachfrage durch den Einstieg der Institutionellen sehr gering. Und das ist natürlich für den Anleger toll. Und das sollte jedem Retailer zu denken geben, weil für den Retailer bietet sich aktuell wirklich ein ganz interessanter Slot. Die Eroberung eines solchen Marktes geschieht ja in aller Regel durch die Techies. Die laufen vorneweg, die bringen die Blockchain voran, die emittieren die ersten Coins. Das meinte ich. Wo war der, beziehungsweise wo der Anfang war, weiß man. Aber das Ganze hat ja eine Struktur und hat sich aufeinander aufgebaut. Erstmal die, wie Sie sagten, die Techies, die die Technik geebnet haben, den Weg geebnet haben, bis dann tatsächlich die ganz großen oder die schweren Jungs, wie Sie sagten, einsteigen können und damit auch für die Retailer eine offensichtliche Möglichkeit bieten. Aber die Frage ist ja auch, diese Offensichtlichkeit und der Wilde Westen, wie Sie es immer so schön betiteln, birgt ja auch Risiken. Das heißt, alles, was speziell stark nach oben gehen kann, kann das auch in die umgedrehte Richtung. Wie sind denn die Risiken zu bewerten? Ja, die erste Gruppe, die einsteigt, die ist sich natürlich der Risiken voll bewusst. Die weiß, ich gehe all in, ich lebe und sterbe mit dieser Blockchain- und Kryptoentwicklung. Das macht denen aber nichts aus, weil die noch genug berufliche Zeit haben, um mögliche Fehlschläge in den Griff zu bekommen. Die zweite Gruppe, das ist die Gruppe, mit der wir bei der Tukentus angefangen haben, Kapital zu akquirieren. Die sind schon ein bisschen, die schätzen das Risiko schon eher ein. Das sind die High Net Worth Individuals, also die vermögenden Privatpersonen, meistens Manager, die in ihren Unternehmen gesehen haben, da tut sich was in Sachen Blockchain, da tut sich was in Sachen Krypto, die auch genug Spekulations, ich sage also nicht bewusst Investition, sondern Spekulationskapital haben, um zu sagen, ich fange da mal an. Das Gros unseres Aktionariats sind ausschließlich solche vermögenden Privatpersonen, die eine Chance darin sehen, in diesem Blockchain- und Kryptomarkt Geld über ihr Investment zu verdienen. Ich habe mir vor, als die Gesellschaft gegründet wurde, 2019, mit dem Akquirieren institutioneller Investoren die Zähne ausgebissen. Da war niemand im Small- und Micro-Cap-Bereich bereit zu investieren, zu früh, zu risikoreich. Wir wissen noch nicht so genau, wie das weitergeht. Wir gucken uns das erst mal an. Und jetzt kommen diese Institutionellen. Genau das, was Sie gesagt haben, der Markt wird erwachsen. Man nimmt ein bisschen Risiko raus, aber nichtsdestotrotz ist nach wie vor sehr, sehr viel Risiko drin. Vor allen Dingen, was die hohen Schwankungsbreiten, die Volatilitäten angeht. Das sollte den Retailern nicht abschrecken. Er sollte sich der Risiken bewusst sein. Er sollte, wie wir schon mehrfach gesagt haben, gute Nerven haben. Er sollte einen Plan haben. Und dann hat er jetzt, noch bevor die Institutionellen so richtig einsteigen, obwohl man sie am Horizont schon kommend sieht, die Möglichkeit, sich in Kryptos zu investieren oder eben in Blockchain-Technologie zu investieren, in Unternehmen, die ihr Business-Konzept auf der Blockchain-Technologie aufsetzen. Und das könnt ihr zum Beispiel indirekt tun, durch eine Gesellschaft, die die Tukentos, weil wir investieren ausschließlich in solche Unternehmen, die die Blockchain-Technologie einsetzen. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie der Retailer jetzt einsteigen kann. Immer vor dem Hintergrund, da muss ich der Risiken bewusst sein. Es ist ein junger Markt, aber der junge Markt, der wird langsam erwachsen. Herr Michel, ich bin gespannt, wie sich der junge Markt über die Pubertät zum Erwachsensein mausert. Es wird einiges noch passieren und ich bin auch gespannt, was in dieser Woche uns noch erwartet. Und natürlich auch auf unser nächstes Interview oder das folgenächste, wenn wir dann uns auch über Ethereum unterhalten. Danke für heute. Gerne. Liebe Zuschauer, ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie. Natürlich muss man sich immer der Risiken am Markt bewusst sein. Bei den Kryptomärkten noch viel mehr aufgrund der hohen Volatilität und der breiten Schwankung. Aber nichtsdestotrotz sollten Sie einfach regelmäßig einschalten und dabei sein, um auf dem aktuellen Stand zu sein und gut zu investieren. Danke für heute.